So, ich bin wieder da und wer hat mich gerade gehauen? Ich habe es genau gesehen. Natürlich kommt man da durch, Schatz. Ja, aber nicht ohne zu springen. Ja, 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 ich weiß, weil es ja keine Treppenstufe ist. Darf ich irgendwie mal hauen? Ja, Ella. Darf ich dich mal hauen, Armin? Ja, Ella. Ella, darf ich dich mal hauen? Nein. Leih. Tötest mich damit bestimmt. Äh. Dann komm ich hochlaufen. Wenn auch schon... Aua. Nearly one hit, Arschloch. Hahaha. Ja, das schwert wahrscheinlich wohl. Das machst 10, Herzen Schaden. Außer wenn du Rüstung hast. Und darum gehe ich jetzt auf Expedition. Ich werde tot gewesen. Danke. Ich gehe jetzt auf Expedition. Expedition. Guck mal, der Erdblock will da nicht rein. Guck mal, die Köpfen nach oben. Das schaut voll lustig aus, Torben. Nein, ich bin ja schon weg. Der Erdblöcke. Ich bin jetzt auf Expedition. Tom, aber hüpfende Erdblöcke. Wo sind hüpfende Erdblöcke? Hier sind hüpfende Erdblöcke. Aua. Guck mal, voll freut sich. Oh, der freut sich. Komm, wir freuen uns mit. Der freut sich. Komm, wir freuen uns mit. Juhu. Kann ich mich schlagen. Das freut sich. Ähm. Warum hat eigentlich das Rote... Das Grün überholt. Boah, das ist ja voll miese, volles Loch. Was habt ihr da aus orangenen Dingsis gebaut? Was ist das? Hä, was für orangenen Dingsis? Ja, es ist Goldrohre. Ach, hier sind Villager. Hallo. Hallo. Kann er mit euch handeln? Loll, ist das dieses Mining-Dingsi? Hä? Alter, what the fuck? Und du warst noch gar nicht da, ne? Ne, ich war da noch nicht. Was denn? Über der Query. Über der Query. Achso. Ja, das ist die Query. Oh, sie baut gerade Schnee ab. Oh. Das sieht doch. Kann man mit dem Ding mitfahren? Ja, kann man nicht. Aber man konnte, als sie jetzt die Rohrradition hat aufgebaut, dann konnte man noch zu voll mitfahren und so. Das war cool. Ja, man fällt da sogar runter. Man kann ja gar nicht drauf stehen, was sich da bewegt. Ne, darauf nicht, aber auf dem aussersten Rand kannst du dich bewegen. Jaja, das ist schon aufgefahren. Da ist ein Haus. Ab in das Haus. Ein eingebrochenes Haus, wo ganz viele Viecher drin rumstehen. Und das baut sich von selber auf, oder wie? Ja. Okay. Kannst du auch nicht bocken. Alter, schon wieder ein Villager-Dorf. Wie viel Villager-Dorf waren wir hier in der Nähe? Was hast du jetzt? Krass. Schatzi, du bist voll gemein zu dem Ding. Ist auf jeden Fall ja voll das fette Gerät, ne? Boah, von der Gerät Junge. Was ist denn der Erdplatte? Nach wie vor. Ein riesiger Turm, da will ich rein. Alter, sieht voll geil aus. Mit so Holz außen drum, was hoch geht. Echt? Wo bist du? Ganz weit weg. Ich such grad ne Portal Gun. Ne, das ist ein Baum. Ein blauen Baum aus Steinen. Wo man hoch gehen kann. Was? Was? Ich hätte echt mitkommen sollen. Ja, aber du bist nicht so schnell wie ich, das Problem. Ach, du läufst ja, ne? Ja, ich hab ne Quantum-Hose. Eine Kiste. Eine Kiste. Kohle, Eier und Samen. Soll ich den Energiegetränk abgeben? Wie bitte? Der Energiegetränk für mich? Der Energiegetränk abgeben soll. Ja, bitte. Noll, ne leere Kiste. Bitte durch den Teleporter schicken. Nein. Dann schick dich mit durch den Teleporter. Na komm, holen. Toll, ist ja voll kacke. Wir erleben die 6 Stunden. Was haben wir hier denn? Ein Spinne-Sporner und ein Zombie-Sporner. B. Äh. Spinne. Zombie. Waypoint gemacht. Da ist schon ja was. Ich hab was gefunden. Eine eingeschützte Hütte. Ja, warum so um zu denken. Bitte. Hier ist aber auch nix drin. Na toll. Hattest du irgendwo diese fliegende Festung gefunden? Ja, irgendwo. Und die war am Fliegen Tom. Echt cool. Nix drin. Wollt ihr mich verarschen? Kiste. Schaufeln. Weizen. Knochen. Wow. Da ist nix drin. Wollt ihr mich verarschen? Kiste. Ach Tom. Ist das so? Hallo, warum ist da ne Kiste wenn nix drin ist? Weil sie es kann. Was machst du Produktives? Wie bitte? Was du Produktives machst. Ich mir hier oben grad ne andere Treppenstufe reinbauen. Weil man da ja nicht vernünftig reinkommt. Seid ihr damit zufrieden? Nein. Warum brennt da der Wald? Mach das Lava. Was? Noch was? Ein kleines Haus. Wow. Wirklich nur ein kleines Haus. Platzi, wo ist meine Säge? Bei der am Popo. Dann Lüger. Habt ihr doch nicht getan? Bist du dir sicher? Mhm. Oh, voll der hübsche Planschbecken teil ich hier. Egal, ich crafte mir eins aus meinen... ...viertelten Blöcken. Ja. Ist bla bla bla. Nein, hab schon. Passt schon. Brauch nicht. Ach fuck. Doch. Ne, brauch nicht. Passt schon. Ist in Ordnung. Mhm. Oh fuck. Ich brenne. Nein. Nicht sterben. Oh ja. Ah, hier sind Places. Ah, hier sind Places. Im Stift haben wir eigentlich immer, wenn ich sowas cooles machen will. Ah, ich sterb echt! Nein! Nein! Ich bin am Arsch im Endeffekt meine ganze Sache! Ja. Du wolltest uns ja nicht mitnehmen. Ey, da hüpft ein Erdblock rum. Ich will erzählen. Unser Freund. Lass ihn mal einsammeln. Nein. Nö, dann ganz traurig. Lass ihn sich freuen. Du hast unsere Pilze auch zerstört, blöde Kuh. Ich hab's wieder unten hinsetzen lassen. Hinsetzen lassen? Ja von mir. So, ich bin einmal kurz AFK. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, dann immer wieder. Jo, dann immer wieder. Ja, warum gefällt dir das nicht? Weil das so voll der Klopstar ist, der da. Ja, es ist ja auch nur so lange die Quelle am Arbeiten. Es hättest du ein Lager gebaut, wär's da alles reingegangen. So, hast du jetzt davon. So, und ich hab mir das überlegt. Ich geh da nochmal hin. Ich hab einen Eingang gebaut. Guck den Eingang an, Tom. Hey. Hey. Und das über die Solarpanel müssen wir laufen? Ja. Okay. Ja, du hättest doch vernünftig hinsetzen können. So. Wir haben jetzt überlegt. Ich hol mir mal meine Sachen wieder. Vorher mach ich mir ne Rüstung. Ja, das ist so smart. Weil unten im Dings ist noch ne, noch ein Flugdingsi, ne? Ich weiß, hab ich auch vorhin gemacht gehabt. Aber das ist mein Ersatzflugdingsi. Ich glaub das ist unser aller Ersatzflugdingsi und Tom braucht jetzt ein Ersatzflugdingsi. Nein. Warum? Ich brauch nicht unbedingt eins im Moment. Das ist mein Ersatzflugdingsi. Da steht mein Gebrauch. Das stimmt nicht, weil das, was du da vorhin reingelegt hast, das hab ich nämlich jetzt an. Ich hab da gar nichts reingelegt. Oh man. Ja, hi. Oh nein, ich muss auch einen neuen Minium Stone machen. Den hätte ich natürlich dabei. Geil. Warum willst du denn das ganze richtige Stufenwip haben? Weil es kann. Damit wer da verreckt. Es lohnt, hallo? Das ist doch voll langweilig. Oh, Minium Stone, das dauert auch so lange, den zu bauen. Ja, der ist so schwer. Ich hab grad dein Bett abgebaut. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab einen neuen Minium Stone. Warum hast du mein Bett abgebaut? Weil ich es kann. So, zack. Ich hätte gerne eine Schaufel. Hallo To. Hi. Ne, gibt's ja auch keine. Ich weiß, dass ich mir die selber craften muss. Echt? Woher hätt's hin? Ja. Bin ich grad dabei. Weißt du? Wer bist du? Hm? Wer bist du? Wer ich bin? Ich glaub ich bin die Ella. Hallo Ella. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich glaub von hier. Von hier? Ja. Von hier? Du kommst aus dem Spiel, ne? Ja, wo ist die Erde hin? Was ist so gut, wenn man nicht mehr fliegen kann. Achso. In dem komischen Rucksack natürlich gelandet. Bam bam bam. Nein, das sollte da nicht rein. Ne, das wieder. Ja. So, ich brauch Tin. Drei. In der Wichtig-Truhe. In der Wichtig-Truhe. In der Wichtig-Truhe. In der Wichtig-Truhe. Dieser gewichtig? Hä? Dieser gewichtig? Ja. Sehr wichtig sogar. aber die blaue aua wisp geh weg die blaue dann bringen wir die rote mit so das ist ein film ich dachte wir zählen körperteile auf ich dachte wir sagen wir sollten die riegel vorher abklären so wie es nicht abgesprochen ist gerade gemeint genau warum nicht wissen weiß was man sagen so einfach baum oder füße sind langweilig das dann mitnehmen dann ist mal fliegen bamm 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 das kann ich nicht mehr nicht wobei ich mich angeblitzt um zu blitzen Blitzi 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 Spitze hier ich blitze da ich bin der Blitzer das ist wahr wenn ich es ausgerechnet hätte ne der Wahnsinn was aber nicht was aber natürlich nicht als hätte ich als ob du irgendwas ausrechnen könntest hallo hallo wo ist Ela na eben Ela Tannis lässt nun 1 plus 1 ist? 5 genau richtig füße ist das 1 fluss 1 fluss 1 fluss 1 fluss plus 2 fluss sind? 5 fluss 1 mensch oh Ela du bist raus du mit dem rechnern müssen wir noch mal üben ne? Marble und ähm äh Ballast haben die selbe Item ID ich weiß wenn das alle ist dann nimmt das andere naja boah ihr wart das hier voll hübschlich aber ich kann nicht mehr fliegen ja ha voll doof oder? mhm toll sieht da alles noch was aus ey voll ätzend du bist doch mal auf Zeit quatsch mhm joo ich könnte ja eigentlich nebenbei wenn ich eh nix so viel zu tun hab ähm ich glaub ich mach das ne jetzt nicht mach ich später ich bin jetzt kompakter drauf das zu bauen was denn bauen? äh äh solarpanelfabrik dass man da Items reinlegt die man dafür benötigt und dann einfach automatisch gecrafted werden ohne dass man irgendeinen Handschlag macht ja ja oder anhand Stand aha anhand Stand es lädt sich auf und es geht nicht leer ganz langsam oder? ja du wirst es leer machen indem du da dein Jetpack reinlegst richtig? ach nö später vielleicht ok na na ich brauch gepraut mit fleisch ich will die ganze Zeit die Eisnis oben durchfliegen schwulla schluck flucht ähm we find we find parcell Why the Heine we find ja ach we schreien ok Nix. Zwang. Hä? Geh da drauf, du! Wie bitte? Döner. Alles Döner. Alles ist Döner. Alles Döner, oder was? So. Wird, wenn Tom groß ist, würde er gerne ein Döner sein. Ja, Döners sind toll. Döners. Ja, Mehrzahl von Döner. Döners. Nicht fünf? Nein. Nicht ganz. Man gehört die Mehrzahl von Döners. Fünf. Ich hätt gern fünf. Was meinen Sie? Fünf! Ah ok, zwei Döner. Ja bestimmt wird hier cool kommen. Halt auf jeden Fall Style. Dahin auf jeden Fall Style. Tom stimmt. Gar nix. Ha. Hahaha Aufnehmen bitte Tom Nein bitte nicht Da ist noch was, was muss da rein? Besser ich warte nur im In-Hot-Her-Lauf Ja, das Auto fährt in die Garage Das muss rein? Ja Wo muss der Zug rein? In den Tunnel Ist doch wohl klar Und wo muss das Flugzeug rein? In den Hangar Okay Also, fassen wir doch zusammen Du hast gesagt Das Auto muss in die Garage Ja Dann macht das da ja quasi Pause, ne? Ja Und macht im Hangar Pause Wo macht der Zug Pause? Im Bahnhof Genau, im Tunnel, wie du gesagt hast Was, wenn da ein anderer Zug kommt? Hat der auch Pause zu machen? Ganz einfach Ganz einfach Richtig, wenn der eine auf den anderen trifft, dann macht der auch Pause Macht die ganz lange Pause Ja, sag ich ja Hiechste? Er versteht meine Logik Ich versteh deine Logik auch, aber ich bin blöd Du bist blöd Du bist blöd Die Insassen vor allem Armin ist selber blöd Ich finde am Titten sieht auf der Minimap voll cool aus Was, die Titten sehen auf der Minimap voll cool aus? Meine Titten, ja Ich würd sagen, läuft Niemand soll kommen und meinen Turm auf der Minimap angucken Hallo? Hi Bei Fuß? Nö Einte nicht War ich da eigentlich? Niemand? Und wie mein Turm auf der Minimap aussieht Geht aus wie etwas cooles Achso, doch hab ich noch dringend aus Nein, ich seh da deinen Kopf Ja Sieht aus wie so ne Arena Ja Ja Wie von Dragon Ball hier äh Gottes Pflaster Ich weiss aber gar nicht warum das Hände das Ach doch, was ich wollte Lügner Du hast erst gesagt, das weisst du gar nicht und dann weisst du es doch Lügner Sag das meiner Mama Sag das meiner Mama Wo bist du Sext Hör auf damit Musste jetzt leider einer hauen drum Hätte ich meinen Namen so selber, ne Dann, dann, dann Dann würde ich dich hauen Ja Ich rabber dich Ich hab dich gehauen Ich hab dich gerabbert Mach das mal Ey, du hast mich geschwertet Ich hab dich gerabbert Ich hab dich gemabelt Ich, ich, hier Ich, 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 ich Warte, wie heißt das? Du, du, du? Warte, mir fällt dein Name nicht ein Wer heißt das? Pork Chop Nein, ich, ich, ich Ich weiß es nicht mehr, Mann Ich gehe gleich in die Ecke und schäme mich Okay Okay, mach das Zack Oha Pfff Strom Strom, Turm? Der Turm, der braucht Strom Nur mehr Kugel Nur mehr Kugel? Warum willst du denn noch mehr Kugel? Warum willst du denn noch mehr Kugel? Ja, nur das Okay, dann nehme mehr Kugel Ja, mit Steuerung Z gibt's bei Minecraft nicht, ne?